Wunderkind Audiobooks präsentiert Lost In der Wildnis hört dich niemand Von Mindy McGuinness Aus dem amerikanischen Englisch von Katrin Stier Es liest Katja Schalei Es liest Katja Schalei Teil 1 Bevor ich mich verirrte Die Welt ist nicht zahm, das vergessen die Leute immer. Die Hochglanzprospekte der State Parks zeigen die Natur von ihrer fotogenen Seite, so wie ein Schulabschlussfoto, auf dem alle Hautunreinheiten dekretuschiert sind. Sie zeigen nie einen Kojoten, der die Schnauze tief im Bauch eines lebendigen Rehs vergraben hat und auch kein Streifenhörnchen, das von den Fängen eines Adlers durch Bord in der Luft hängt und jämmerlich schreiend verendet. Wenn man sich da draußen in den Wäldern lange genug ruhig verhält, dann hört man, wie etwas stirbt. Gleich danach ist es wieder still. Es folgt keiner Empörung über die Ungerechtigkeit, noch nicht einmal Trauer. Für ein Tier ist es der Tod, für das andere ein Abendessen. So ist der Lauf der Welt. Was bleibt, kehrt zurück zur Erde. Die Knochen des gestrigen Tages versinken heute im Schlamm, als einziges Lebenszeichen bleiben nur die Nagespuren einer Maus, winzige Einkerbungen zum Zeichen, dass hier einmal etwas Wertvolles war. Äh, eklig, sagt Meredith, als ich unter einer Schicht welker blättert den Schädel eines Rehs hervorziehe. Ich dachte, es wäre nur ein Gehirn, sage ich und lasse ihr Zeit, am Wegesrand ein wenig zu Atem zu kommen, während ich nachsehe, ob auch noch etwas von der Wirbelsäule zu finden ist. Normalerweise werden die Wirbel von Mäusen und Eichhörnchen weggeschleppt, die sie als kleine Mitternachtssnacks in ihren Nestern einlagern. Ein was? Sie streift die Riemen ihres Rucksacks ab. Währenddessen hat Kavita uns eingeholt. Ihre pechschwarzen Haare hat sie zu einem losen Knoten oben auf dem Kopf zusammengebunden. Schweißperlen stehen auf ihrer Oberlippe. Ein Gehirn, erkläre ich. Rehböcke werfen im Frühjahr ihr Gehirn ab, aber das ist normalerweise auf dem Waldboden kaum zu erkennen. Auch dieses hier hatte ich nur ganz zufällig entdeckt. Zunächst hatte ich das Weiß für den ausgeblichenen Dürrenast einer Esche gehalten. Als dann mit dem Gehirn auch noch der gesamte Schädel auftauchte, konnte ich meine Begeisterung kaum verhehlen, was den anderen nicht entgangen war. Warum bleiben wir stehen, fragt Kavita und löst ihre Haare, sodass sie ihr über die Schultern fallen. Ashley hat gerade einen ihrer National Geographic Momente, erklärt Meredith. Allerdings, sage ich. Schon nicht so übel, dass sie so ein Zeug weiß, verteidigt Kavita mich. Sonst würden wir hier in der Wildnis kaum überleben. Das stimmt tatsächlich. Gerade erst hatte Meredith einen Pilz entdeckt. In der Annahme, dass alles, was in der zivilisierten Welt auf eine Pizza kommt, auch in der Natur essbar ist, war sie kurz davor, einen Knollenblätterpilz zu vertilgen. Wenn ich sie nicht daran gehindert hätte, hätte sie sich fünf Stunden später übergeben müssen und wäre ins Delirium gefallen. Aber da genau das ja der Plan für den heutigen Abend war, kotzen und ins Delirium saufen, wäre das Ganze wohl erst aufgefallen, wenn sie schließlich Krämpfe bekommen hätte. Mit anderen Worten, zu spät. Meredith hatte nur die Nase gerümpft und bemerkt, warum ist es denn überhaupt erlaubt, dass sowas in einem State Park wächst? Glücklicherweise war Kavita zur Stelle, um die Situation zu retten und mich daran zu hindern, gemeint zu werden. Sie ist die einzige nicht-weiße Schülerin in unserer Schule und vermutlich hat sie dadurch gelernt, gut mit Konflikten umzugehen. Ich dagegen bin einfach nur wütend. Ich hätte Meredith darüber aufgeklärt, dass wir uns hier nicht in einem State Park, sondern in einem State Forest befinden, was unter anderem auch bedeutet, dass die Wege nicht so gut in Schuss gehalten werden. Vielen Dank.